Servus Leute, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich auf einer Toilette, aber das ist keine gewöhnliche Toilette. Ne, ne, ich zeige euch, warum das so ein großes Ding ist. Also ich mache jetzt auf. Man könnte jetzt anhand des Automaten denken, wir wären im Kino, aber näher auch im Kino sind wir nicht. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das war ein Flughafen. Ja, wir sind dann am Flughafen. Wir fliegen in den Urlaub und noch wenige Stunden, dann sind wir weg. Ich habe die wichtigsten Sachen dabei, wie zum Beispiel hier, Hawaii Hemden sind immer wichtig und mein Hund, der aussieht wie eine Taschmuschi. Ganz. Und natürlich auch andere wichtige Sachen, denn man braucht viele Sachen, um durch den Urlaub zu kommen. Also dann halte ich mich kurz und gehe zurück zu meiner Familie. Also dann.